yo was geht ab willkommen zu einem weiteren video von mir und zwar es bist leider draußen ich hoffe es nicht zu laut ich bin hier in meinem auto ist ein spontanes video auf jeden fall ich hätte auch viel früher drehen können aber ich habe keine zeit dafür gefunden es geht heute um ferro um seinen geliebten song ihr wisst ihr alle hat es auch in seine insta story postet ja der junge war auf jeden fall übertrieben abgefuckt davon hat jetzt auch spontan das video dann rausgehauen beziehungsweise es kommt ja heute um 0 uhr mein video sowieso nach 0 uhr kommen ich werde es nicht mehr schaffen hochzuladen schneiden dies das werde ich einfach nicht mehr schaffen höchstwahrscheinlich kommt morgen oder so da wird der song sowieso schon draußen sein ich höre mal jetzt in den song kurz rein und sage euch wie es ist ich kann euch auch nicht zu viel davon zeigen da wird gesperrt und ihr könnt auch einfach abwarten bis 0 uhr wie gesagt geiles song auf jeden fall und ja also ist schon echt gut da könnt ihr euch was auf was gefasst machen und 0 uhr wie gesagt hört mal kurz rein das soll es auch schon gewesen sein ich kann euch nicht zu viel davon zeigen sonst wird mir auch das video komplett gesperrt wie gesagt warte einfach bis 0 uhr ab mein video kommt sowieso danach erst geiles song stellt sich halt mir die frage so wer das alles veröffentlicht ich meine sehr sehr viele singles fast alle schon werden mittlerweile geliebt die sind schon davor draußen und ja machen schon welle auf whatsapp oder im internet viele alben werden geliebt ist schon krass also ich frage mich der dahinter steckt oder wo die lücke ist ist schon krass wie gesagt beim video wird herauskommen wenn sein lied schon veröffentlicht ist schreibt mal in die kommentare wie ihr sein lied findet und ja damit sagen bis zum nächsten video